Einen schönen guten Tag, willkommen bei Unicast, komprimierte Informationen für den interessierten ITler. Heute möchte ich an ein Thema anknöpfen, was ich zuletzt schon behandelt habe und zwar hatte ich eine ganze Reihe von OpenWrt-basierten Systemen ausgerollt, die ich alle Male mit OpenWisp zentral verwalten wollte. Da habe ich so ein bisschen die Lust dran verloren an OpenWisp und habe gesagt, ja, ich schreibe mir jetzt einfach eine Ansible Collection, um meine ganzen OpenWrt-Systeme zentral steuern zu können. Eine Ansible Collection ist im Prinzip nicht mehr als eine ganze Reihe von verschiedenen Rollen, die man irgendwie zusammen zu einer Sammlung zusammentut. Und heute schauen wir uns das Ganze mal an, um zu sehen, wie weit das Ganze denn schon fortgeschritten ist. Ja, dies ist meine GitHub-Seite, hier ist diese Ansible Collection, da werde ich natürlich auch den Link zu in die Beschreibung packen. Und diese Collection besteht, wie schon gesagt, aus verschiedenen Rollen. Die ein oder andere davon ist etwas komplexer, also zum Beispiel eigentlich hauptsächlich die Firewall-Rolle, weil man da eben mit Forwards arbeiten muss, mit Regeln, mit Zonen und denart Regeln zum Beispiel habe ich noch nicht implementiert. Kommt aber noch, diese Rollen sollen möglichst umfangreich, also wenn möglich, mal schauen, ob ich da irgendwann hinkomme, komplett ein gesamtes OpenWrt-System bedienen können. Also ich meine, ein gesamtes System ist jetzt ein bisschen übertrieben vielleicht dargestellt, weil OpenWrt ist ja auch über den OPKG Package Manager dann noch sehr deutlich erweiterbar. Und das kann ich natürlich nicht alles abbilden. Da bin ich aber unter Umständen auf Hilfe angewiesen. Also wenn irgendjemand zum Beispiel möchte, dass noch ein bestimmtes Modul unterstützt werden soll, dann bitte gerne einerseits Feature-Request von mir aus, hier auch über den Issue-Bug-Tracker an mich. Aber ich bin natürlich auch nicht abgeneigt, da Pull-Requests entgegenzunehmen. Wie dem auch sei, was hier jetzt noch fehlt für mich ist zum Beispiel das WiFi-Handling, weil ich das bisher nicht gebraucht habe, weil ich halt hier bisher mit einer virtuellen Umgebung von x86-Geräten gearbeitet habe, die einfach keine schnurlose Verbindung besitzen, sondern alles über virtuelle Kabelverbindungen abgebildet haben. Deswegen fehlt das noch. Was ich mir persönlich auch noch wünsche, was ich gerne irgendwann mal hätte, wäre halt eine Unterstützung für Sys-Upgrade-Features, wenn halt eine neue OpenWrt-Version erscheint, dass die dann auch im Prinzip über die Ansible-Rolle dann installiert und auf allen Knoten gleichzeitig ausgerollt werden kann. Die Collection ist relativ umfangreich und hat halt auch gewisse Anforderungen an das OpenWrt-System. Das OpenWrt-System ist traditionell ja eher auf Embedded-Geräten zu Hause. Das heißt, man hat da TP-Linknet-Gear, was weiß ich nicht was an Geräten, Hömele sagt man hier, Microtik, was weiß ich nicht was, wo im Prinzip ja OpenWrt ja überall drauf läuft. Aber leider sind das sehr, sehr schlanke Geräte oft. Sehr wenig Flash-Speicher, das ist dann bei den Geräten der Festspeicher. Und auch sehr wenig Arbeitsspeicher und da sind oft Geräte nicht ausreichend. Ich habe hier dokumentiert in meinem Wiki die Verlinkung dorthin, werde ich natürlich auch mit in die Beschreibung packen. So und hier unten beschreibe ich schon, wie die Mindestvoraussetzungen sind. Hier mache ich jetzt noch keine Aussage zum Arbeitsspeicher. Der ist eigentlich relativ genügsam, solange man nicht mit Restdick arbeitet für das Backup. Und 32 MB Festspeicher sind wirklich absolutes Minimum. Ich empfehle auf jeden Fall deutlich mehr. Ich habe es auch schon geschafft, Systeme mit 128 MB auszureizen und das geht aber schon. So und des Weiteren wird nur OpenWrt 21.02 unterstützt, weil ab dieser Version OpenWrt ja auf die DSA, die Distributed Switch Architecture umgestiegen ist. Dazu werde ich hier auch ein Video verlinken, da habe ich schon eins zu gemacht. Und deswegen werde ich keine OpenWrt-Versionen unterstützen, die älter als 21.02 sind. Also 19.07 oder was war das? Zuletzt leider nicht mehr. Ja, dann gehe ich hier so ein bisschen darauf ein, dadurch, dass es eben mit Ansible gemanagt wird, was man da tun muss, um da hinzukommen. Ein bisschen auf die Grundstruktur eingegangen und hier erkläre ich auch ausführlicher die einzelnen Rollen, wie die funktionieren. Aber ich werde höchstwahrscheinlich auch noch zu vereinzelten Rollen auch eigene Videos machen. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze doch einfach mal tatsächlich auf der Kommandozeile an. Hier bin ich jetzt in meiner Ansible-Umgebung. Hier gibt es in der Hosts die entsprechenden Knoten, die ich eben mit Konfigurationselementen versorgt haben möchte. Und es gibt dann hier auch das Playbook-File, wo jetzt BMX 7 auskommentiert ist, weil ich da gerade nicht mit arbeite, sondern stattdessen mit Babel. Ich benutze hier auch gerade noch nicht mal alle Konfigurationselemente. Also Restdick habe ich jetzt zum Beispiel noch nicht drauf, weil ich das einfach für meine Entwicklungsumgebung nicht benötige. Für meine produktiven OpenWrt-Systeme aber setze ich das zum Beispiel ein. Da sorge ich dann dafür, dass halt auch regelmäßig Backups gemacht werden von meinen Systemkonfigurationen inklusive der Packages, die installiert sind. So, und dann gucken wir uns mal an, wie das mit der Konfiguration der Variablen aussieht. Ich habe zum einen Konfigurationen, die eben auf allen Elementen, auf allen Knotenpunkten gleich aussehen sollen. Die sind dann in GroupWars und dann in meiner Umgebung heißt ManacDev. So, und das sind jetzt zum Beispiel systemspezifische Variablen, Hostname, NTP, SSH, also hier in dem Fall Dropbeer-Konfigurationen inklusive der Keys. Ich habe hier unten ein paar für die Routing-Algorithmus-spezifische Variablen gesetzt. Und ich habe hier auch, weil es eben eine Rolle für die Services gibt, habe ich hier einmal konfiguriert, welche Dienste denn jetzt nun aktuell geladen werden sollen oder auch eben beim Start automatisch gestartet werden sollen. Dann noch etwas zu den Firewall-Settings. Hier kann man dann eben auch auf Gruppenebene, das heißt nach eigenen Maßstäben festlegen, auf welchen Geräte Gruppen denn welche Regeln gelten sollen. Und dazu gibt es dann hier sowohl bei den Forwardings als auch bei den Regeln gibt es dann Einteilungen in Gruppen. Die werden automatisch über das Playbook, Entschuldigung, die werden automatisch über die Rollenfunktion gemerged. Um jetzt zum Beispiel mal bei den Regeln zu bleiben, gibt es halt zum einen Standardregeln, es gibt Gruppenregeln und es gibt Hostregeln. Das heißt, die werden dann im Endeffekt dann später alle zusammengepackt, aber man kann eben auf den unterschiedlichen Ebenen dann dafür sorgen, dass Regeln angewandt werden. Zunächst aber mal zu den Forwardings. Forwardings sind in oben Wert T im Prinzip Direktive, die besagen, dass die Quelle, also hier SRC, zum Beispiel hier LAN, dann auf die Destination, das wären Neighbors, uneingeschränkt zugreifen dürfen. Die habe ich jetzt hier für diese Gruppe einmal definiert. Genauso gibt es für die Gruppe dann auch noch eine gewisse Anzahl von Regeln. Dann schauen wir uns mal die Regeln für einen einzelnen Host an. Dann nehme ich jetzt mal diesen hier raus. Wir schauen uns das nochmal kurz hier an. Das ist halt dieser Knoten hier, der eben zwei Nachbarknoten hat. Der hat natürlich auch noch einen Warnablink und noch eine LAN-Schnittstelle. Aber eben zusätzlich zu diesen zwei üblichen Verbindungen auch noch zwei Nachbarschaftsverbindungen, einmal zu Knoten 300 und einmal zu Knoten 302. Und das spiegelt sich jetzt hier auch in der Konfiguration wieder. Ich habe hier einmal die Devices vor sich. Das sind halt nicht die Interfaces, also nach OpenWrt-Terminologie, sondern die Devices sind die physikalischen Schnittstellen des Gerätes. Und hier treffe ich dementsprechend auch nur sehr rudimentäre Konfigurationseinstellungen. Die Interfaces, das sind dann halt die logischen Schnittstellen, wenn man so will, wo dann die Konfiguration auch auf IP-Ebene drauf passiert. Ob es dann eben DHCP, Statisch, PPPoE, das unterstützen alles. Diese ganzen Konfigurationsoptionen unterstützt meine Rolle, beziehungsweise meine Collection auch. Wie auch zum Beispiel Proto-Nun. Das heißt, hier habe ich die zwei Schnittstellen, die zu den Nachbarn gehen. Die haben tatsächlich keinerlei IP-Konfiguration. Im Endeffekt läuft da nur ein Autoconf drauf. Das heißt, ich habe da eine Link-Local-Adresse drauf liegen. Mehr brauche ich eben auch nicht für meine Experimente. So, und dann ist hier noch sehr entscheidend, dass ich eben auch eine Zuordnung tätige. Die Firewall-Zonen, die vordefiniert sind bei meiner Collection, Das sind an der Zahl 6. Das ist LAN, WAN, Neighbors, DMZ, Management und Guests. Die sind alle Male so lange komplett irrelevant, bis die nicht einem bestimmten Interface zugeordnet werden. Und genau das tue ich hier. Die Variable OpenWrtFirwallDefaultZones, die hat diese sechs Elemente. Und ein Element, was an anderer Stelle schon definiert wurde, bearbeite ich jetzt hier und setze einfach Interface-Attribute da drauf und sage dem, dass die Zone mit den beiden Interfaces assoziiert werden soll. Ja, und diese Interfaces, da kann ich dann tatsächlich die logischen Namen auch verwenden, die ich hier bei der Interface-Definition vorher festgelegt habe. Ich könnte hier tatsächlich jetzt auch ETH2 und ETH3 reinschreiben, aber es ist doch irgendwie schöner, wenn man halt konkret sieht, wer dann auch im Endeffekt da dran hängt über die Interface-Namen. Und die logischen Namen verwende ich dann auch für die OpenWrtT-Babel-D-Interfaces-Konfiguration. Ja, ich würde sagen, wir lassen es einfach mal laufen. Aber nur auf N301. Das Ganze würde nämlich sonst zu lange dauern. Ich habe auch eine gewisse Anzahl von Checks schon mit eingebaut. Nur ein Beispiel für die OpenWrt-Firewall-Regeln muss ein Target definiert sein. Das Target ist nicht der Zielhost, sondern das besagt, was mit dem Paket gemacht werden soll, zum Beispiel Accept, Drop oder Reject. Und wenn das nicht gesetzt ist, dann funktioniert das nicht. Ich spule aber jetzt hier mal vor. So, und jetzt ist das ganze Playbook durchgelaufen. Das heißt, das System ist jetzt mit den Konfigurationselementen versorgt worden. Das schauen wir uns jetzt auch mal an. Ich bin hier schon eingeloggt auf diesen Knoten. Und zwar schauen wir uns einmal die System an. Das sind halt grundlegende Konfigurationselemente wie der Hostname und NTP. Dann schauen wir uns mal die Netzwerkkonfiguration an. Hier sieht man eben auch, dass Kommentare mit drinstehen, der Übersichtlichkeit halber. Was auch so ein bisschen schön ist, oder schöner ist, als bei der OpenWrt-Administration über das Webinterface, dass man hier schon eine sehr saubere Struktur hat, dadurch, dass das über Ansible gemanagt ist. Bei OpenWrt über das Luki-Interface werden halt die Elemente relativ willkürlich da untergebracht, was halt gerade so als nächstes kommt. Hier sieht man jetzt, dass diese zwei Nachbarsinterface gesetzt, oder Nachbar-Devices, Entschuldigung, gesetzt sind. Ja, dann schauen wir uns mal die Firewall-Konfiguration an. Hier haben wir jetzt auch wieder eine ähnliche Struktur, die ist halt generiert durch Ansible und dadurch sehr aufgeräumt. Die Kommentare würden jetzt zum Beispiel auch verschwinden, wenn man über das Webinterface des OpenWrt-Gerätes dann noch Einstellungen händisch ändern würde. Davon rate ich aber prinzipiell ab, weil wenn man so Systeme per Ansible mit Konfigurationen versorgt, dann macht man das ausschließlich über diesen Weg. Denn ansonsten würde man Gefahr laufen, dass man sich Konfigurationselemente wieder überschreibt, dass man, sage ich mal, wenn man was von Hand setzt und dann irgendwann lässt man nochmal Ansible drüber laufen, weil das halt der Workflow ist. Und dann verschwinden die Elemente, die man von Hand gemacht hat, auf einmal wieder. Und deswegen sollte man das möglichst nur exklusiv das eine oder das andere nutzen. Und wir gehen hier jetzt mal kurz durch. Das sind die globalen Settings. Dann haben wir hier die Default-Zonen, wo ich eben schon von gesprochen habe. Bei der Warnzone zum Beispiel ist das Warninterface und das Warn6-Interface zugewiesen. Bei den Neighbors habe ich jetzt N300 und N302. Das Gästs und das DMZ und das Management-Netz ist noch leer. Deswegen hat das auf noch nichts im Moment eine Auswirkung. Das sind jetzt Platzhalter, wenn man später sowas mal verwenden möchte in der realen Umgebung. Und bei dem LAN-Interface ist das, Entschuldigung, bei der LAN-Zone ist das LAN-Interface zugeordnet. Dann kommen wir hier weiter unten zu den Forwardings. Das sind einerseits die Default-Forwardings. Das ist so ähnlich, wie ich das eben bei den Regeln beschrieben habe. Es gibt halt auch wieder Default-Forwardings. Es gibt Group-Based-Forwardings und es gibt Host-Based-Forwardings. Und wie man sieht, gibt es hier in den Ansible-Definitionen keine Host-Based-Forwardings. Und deswegen wurde hier auch nichts reingeschrieben. Und bei den Regeln sieht es auch wieder so aus. Hier, das sind jetzt die Default-Regeln. Weiter unten kommen dann die spezifischen Regeln. Das Ganze schauen wir uns dann auch mal auf dem Web-Interface an, wie das hier aussieht. Wir schauen jetzt mal gerade erst mal in den Overview. Hier sieht man die globalen System-Eigenschaften. Wir schauen aber jetzt mal hier einerseits erst mal auf die Interfaces. Hier gehe ich gerade mal zum Beispiel, damit man das mal sieht, in das LAN rein. Da sieht man dann halt auch, dass die Einstellungen, die ich da in der Ansible-Konfiguration getätigt habe, eben auch hier wieder auftauchen. Die DHCP-Server-Settings sind hier jetzt mit Standardwerten versehen. Auch die kann man über meine Rolle komplett steuern. Und hier sieht man auch wieder die Zuordnung zu der LAN-Zone. Im Gegensatz dazu eben zum Beispiel die Nachbarschafts-Interfaces, die stehen auf Unmanaged. Und da wird halt nicht viel gemacht. Interessanter wird es dann schon bei den Firewall-Optionen. Das, was man hier oben sieht, das sind jetzt die globalen Einstellungen, die wir eben auch in der Textdatei gesehen haben. Dann das hier sind die Forwardings. Hier sieht man halt, dass aus den verschiedenen Quellzonen in die entsprechenden Zielzonen dann uneingeschränkt kommuniziert werden darf. Der löst das hier auch sogar auf, welche Interfaces dazugehören mit dem Hover. Port-Forwards und NAT habe ich noch nicht implementiert, werde ich noch machen. So, und die Traffic-Rules, die werden im Übrigen auch nach Source sortiert in meiner Rolle, sodass das Ganze ein bisschen bessere Struktur hat, weil das wird ja jetzt hier auch farblich gekennzeichnet. Ja, das war es im Großen und Ganzen. Auch schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf diese Ansible-Collection für OpenWrt. Auf welche Zielgruppe ziele ich damit ab? Also eigentlich vor allen Dingen überall dort, wo, naja, sagen wir mal mehr als eine Handvoll OpenWrt-Geräte zum Einsatz kommen, prädestiniert, wäre diese Collection auf jeden Fall erstmal sowieso immer überall dort, wo Ansible sowieso schon eingesetzt wird, aber auch eben dort, wo viele OpenWrt-Geräte zum Einsatz kommen oder zum Einsatz kommen sollen. Also wenn das jetzt noch nicht der Fall ist, kann man das halt durchaus überlegen zu tun, sage ich mal, als Provider, dass man sagt, okay, meine Endkunden-Geräte, die Leihgeräte zum Beispiel, die statte ich ab sofort mit OpenWrt-Systemen aus. Das heißt, man ist da auf der sicheren Seite, dass man immer wieder mit Updates versorgt wird. Das hat ja auch einen Sicherheitsaspekt und lässt sich halt super warten und ist halt ultramächtig über die ganzen Features, die das hat mit WireGuard und allem drum und dran. Dann könnte man eben auch zum Beispiel sagen, man verzichtet auf etwas wie TR-069, was dann noch nicht ganz unkompliziert zu implementieren ist und die Open-Source-Lösungen, die es dazu gibt, naja, die sind, also, ich habe jetzt schon ein paar Jahre damit nichts mehr gemacht, aber so richtig begeistert war ich davon nie. Das ist natürlich eher auch ein größerer Standard, der auch für andere Geräte in Frage kommt, aber man hat hier doch eine wesentlich mächtigere Schiene, viel erweiterbarer und vor allen Dingen auch viel individueller steuerbar. So kann man dann zum Beispiel eben, sagen wir mal, Host-Variablen, die in Ansible definiert sind, einmal ändern und von mir aus auf 300 Geräte automatisch ausrollen und dann sind die alle wieder dem Stand. Da muss man nichts von Hand anfassen, also selbst Lösungen wie PFSense, die ja wirklich großartige Lösungen zur Verfügung stellen. Da fehlt noch so eine zentrale Administrationsschnittstelle und naja, da gibt es dann schon leider, gerade wenn man das in eine größere Zahl einsetzt, dann öfter schon mal Probleme, Konfigurationselemente auf allen Systemen gleich halten, zum Beispiel für Backup, für Monitoring und das ist hier doch wesentlich einfacher möglich. Also gut, ich hoffe, ich habe einen ganz guten Einblick gewährt. Ich hoffe, ich habe auch das ein oder andere Interesse geweckt und wenn ihr noch Fragen dazu haben solltet, konkrete Vorschläge haben solltet, dann bitte ab in die Kommentare. Natürlich würde ich mich auch wie immer über einen Daumen hoch oder über ein Abonnement freuen. Also macht es gut, euer Unicast.